6 hat man auch mal sechste ja das Spiel ist nicht ohne du das Spiel macht richtig Laune richtig geil alter ja auch Stahlfaust ja gut das ist das Ding diese Phase 2 des Plans im Munitionslager gibt es einen Güterzug der voll beladen Handfeuerwaffen, Artilleriegeschosse, Torpedoes alles was das Regime für die Versorgung seiner Streitkräfte braucht diesen Zug werden sie kapern die Handfeuerwaffen sind für unsere Kämpfer aber das eigentliche Ziel sind die Torpedoes damit können sie ein U-Boot des Regimes übernehmen doch alles der Reihe nach kapern sie zuerst den Zug Finde den Zug und die Karte wird von dort nach dort zum verlassenen Bahnhof unsere Leute werden an der Station auf dich wachen Klaus hat dann weitere Informationen für dich so ja ja ich würde sagen wo ich jetzt hinwitzen soll der nächste zucht kommt hier alter da ist zu auch zu okay ja ich weiß nicht ob du schwanger bist spaß gemacht hat es auf jeden fall mit dich zu wuppeln hoher schauen wir uns erst mal da hinten sind welche okay manche ich wieder gänsehaut alter moment ja noch aber es ist keine schalldämpfer manche ich ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gucken wir mal, was da drin ist, he? Oh, Granaten! Oh! Leider nur eine. Mich juckt es gerade. Ein Sekund schon, so. Oh, noch eine Granate, das ist schön. Bis jetzt habe ich noch keinen gesehen. Okay, da hat man unsere Knarre aufladen. Oh, da hinten läuft da. Oh, oh! Scheiß Krüter Ach da hinten Scheiß Krüter Ah Mann Scheiße ey Boah Mal nachladen Steht denn hier um die Ecke noch einer und er geht uns erst mal verlaufen Was war das? Munition Oh ich hab Schluck auf Okay achso Ja wir können doch Musst mal Nein ist so ne Scheiß Giste Machen wir uns die auch nochmal So wir haben ja unsere Faser Kanone Moment Komm mach mach Oh okay Alles klar Das war gut Wir haben mir die Dings vorhin gehabt in einer von diesen Kisten hier So 120 das haben wir jetzt wieder voll Machen Okay das war nur aufgeladen Ach da Ein Messerchen Okay das war neus Irgendwas müssen wir hier machen Moment Rüstung Okay cool Von 15 auf 30 wieder hoch Aber hier ist noch was Oh Munition Warte mal Jetzt hab ich denn einmal hier Sehr schön Alles klar Gut Das haben wir Von einkaufen hier Ach ne Das brauchen wir nicht Da haben wir 100 Das ist Ich höre hier irgendwo irgendjemanden laufen. Moment. Ich muss von meinem Kratzen mehr in die Haare an der Stirn. Ihr könnt das wissen. Ach scheiße, wir sparen können auch. Kaka. Ja, das war gut. Äh, yo, Captain Jack. Moment, wir haben ja gerade... Na ja, ich weiß, hat sich jetzt echt viel gelohnt. So. Schwert-Action... Messer-Action hier. Ne, das brauchen wir jetzt nicht. Ja, geh mal weg da. Schauen wir uns mal hier um. Hier ist nichts. Boah, ich hänge mal... Okay. Limit erreicht. Okay. Zu. Scheiße. Das ist die gleiche Knar. Alles klar. Hä? Ja. Aha. Ist aufgeladen. Jetzt ist es aufgeladen. Hä? So. Hier ist noch ein... Das Ding hier voll übersehen, lol? Ach ne. Von der Seite. Was hat der denn? Ah. Gott. Ich bin da unterwegs. Was weh? Oh men. Oh, 불 når ich das weggekommen мер. Ach, super. Nee, bleib ich. Du einfach weggeharshosi顯ifest. Und wie PYK heißt, ich gebe das weggekommen. Damn vielleicht viel weggekommen. Mehr mir runter schön, falls das sollen ja auch an das müssen. Abbott hat vier transport-cious bin. aha der bleibt also jetzt habe ich natürlich auch keine ja nein von links aber jetzt habe ich voll gepennt ich habe jetzt so auf die konzentriert das war nicht so toll nein das war absolut scheiße das war typischer anfänger fehler oder so warte da kommt ich habe die ganze dacht